Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und willkommen zurück auf Berg mit meiner Schwester Hi! Und Sturmfall ist denn mal... Ich wollte dich eigentlich rammen. Genau, wir haben uns ein neues Spiel ausgedacht. Also ich hab mir ein neues Spiel ausgedacht. Und wir zeigen euch das jetzt. Und das ist... MANN! Ähm... Hier in dieser Höhle. Ja. Soll ich auch schon rein? Ja! MANN! Und zwar geht es darum, dass... Jetzt bleibt... Dass wir nur in dieser Höhle mit den Glühbämpchen sind und zwar in diesem ersten Raum und dann müssen wir uns gegenwärtig abschießen. Ohne Ring. Logischerweise? Ja, weil es ist eine Abwechslung, weil sonst ist ja der Nachtschatten überall gleich zu erkennen. Und das ist in der Höhle mal für den Narra was doof. Und... Logischerweise? Genau! Und deswegen zeigen wir euch das jetzt so. Weil für ohne Zahn das Positive... Logischerweise? Genau! Und... 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 Ich habe aber keine Ahnung, was du sagst, sagst du auch immer. Ja genau! Und... Und... Ausprobieren auch aufnehmen. Was hast du für Probleme? Ich will mal nicht... Mein Raum dreht... Ein... Es geht los, Freya! Ja, warte kurz! Okay, okay! Aber du bist ja eigentlich auch voll gut getan wie in den Glühwärmchen. Naja... Boah! Raun! Jetzt los! Nein! Ey! Oh, meine Nase juckt! Oh! Jetzt wird man auch! Ich hab dich getroffen! Ich hab dich getroffen! Ich bin nur als freier sauer! Nein! Ich hab's gewolltet! Ich hab zum ersten Mal in irgendeinem Leben nicht getroffen! Oh ja! Warte! Das wär ein Grief! Oh! Oh! Ich bin so lange nicht mehr geflogen! Wuhu! Ah Gott! Rach! Rach! Rach? Rach! 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 Ich muss jetzt nicht erster runtergefallen! Ja, oder? Na, und? Na, und? Keine Antwort Der fackte Kuchen Oh! Kannst du dich abschießen lassen? Aber lieber kann es sagen Deine Augen drehen! Wieso drehen deine Augen? Weiß ich nicht! Frag sie doch! Oh! Da war ich steig! Ne, das waren meine 10! Was ist deine 10? Kann ich meine 10 mit dir verwechseln? Ich versteh kein einziges Wort, aber... Stummfalls 10 und eine Krallen sind schwarz! Ach sooo! Du mein eigenes 10 gerade! Ja! Meine 10 sind schwarz! Toll! Das heißt, sie sind bisher dreckig! Bein Ernst? Ja! Bein Ernst! Ja! 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 Ich hab' ich verknackt! Nein! Hab ich dich echt getroffen? Ja! Keine! Hab ich gar nicht gemerkt! Hab ich gemerkt! Ja! Wir müssen mal Wii U Party mit Jonas mal aufnehmen! Ach du Kacke! Mit dem Zeichnen! Oh Gott! War doch lustig! Annius mal neue Wörter nehmen! Ja! Ja! Das stimmt! Es ist langweilig, wenn wir mal die Glöcchen nehmen! Wenn ihr wollt, dass wir mal mit Jonas, also mit Lenas Freund mal Wii U Party spielen mit dem Zeichnen! Dann gebt nen Daumen hoch! Besten Freund! Besten Freund! Oh! Du wirst so ein Arsch! Kein Arsch dieses Mal! Nein! Diesmal nicht! Nein! Der hat in der ersten Rolle gemacht! Nein! Nein! Ich hab in dem Moment auf die Kamera geguckt! Bei mir? Nein! Auf die Kamera! Deine! Die wir grad aufnehmen! Die! Auf ihr hab ich grad geguckt! In vielen Minuten noch! So! Alter! Ich will nicht, dass es UNENSCHILEN ist! Oh mein Gott! Ich will nicht, dass es UNENSCHILEN ist! Oh mein Gott! Oh ja, noch nicht so! Wow, daaaah! what are you doing with stormfly now i don't wanna get that i'm not ah 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 oh god oh my god was was is pfff nichts was wow wow no pfff gewonnen gerade eben habe ich gesehen wie ohne zahlen in so einem komischen felsen mich lege wie im Messer so voll das sieht aus ja ja noch 2 min 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 6 5 5 5 6 6 6 7 7